Aber wir haben schöne Lederschuhe. Adieu. Ein bisschen Workout machen hier. Dann können wir ja eigentlich auch gleich mal... Naja, gut. Dann halt nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich sage mal da rüber. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, geil. Perfekt. Ins Bett geflogen. Wörtlich. Ich muss mal hier was gucken. Gut. Ich war mir unsicher, ob ich die Tonaufnahme gestartet habe. Aber zum Glück habe ich es. Ich muss die Musik mal eben leiser machen. Jetzt machen wir eben... Tokio Beat, Jazz, Lounge, Music, so. Das fand ich jetzt eben... etwas zu heftig. So, dann warten wir mal auf den Einsatz. Wir brauchen das hier. Und dann... So. So. Perfekt. Dann können wir hier... L-Amboss hinstellen. Und dann brauchen wir noch... ...ein Diorit-Steinchen. Na dann... Dann mache ich das hier mal... ...schön. ...bis dahin. Schöne Musik. Da bin ich ein Fan von. Wir haben ja unten eine Werkbank. Okay, cool. Dann... Mehr brauchen wir nicht. Gut. Dann brauchen wir noch... Entschuldige für mein Versagen. Äh... ...das da. Ich nehme nochmal eins von der Decke weg, damit wir einfach schneller runterkommen. So. Alles klar. Haben wir. Sehr gut. Es wirkt jetzt natürlich erstmal riesig. Aber wenn wir jetzt da die Stufen hin platzieren, dann nimmt sich das auch schon wieder etwas. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Ich bin eher nicht so überzeugt. Warum ich nicht mehr gemacht habe? Ich wese doch auch nicht. Ja... Noch... ...zwei. So. Ist mir ein bisschen zu laut. Ist jetzt... sehr leise. Sehr leise. Wahrscheinlich ist es mir einfach generell zu laut. So. Okay. Also habe ich es jetzt auch leiser gemacht. Hier noch irgendwas spannendes. Nicht so, ne? Okay. Würde ich auch sagen. Bauen wir erstmal an dem Haus weiter. Da haben wir ja gut zu tun. Dann gucke ich auch mal eben von außen, wie das da aussieht. Ist auf jeden Fall schon mal ein prächtiges Anwesen, ja. So. So und so. Das kriegen wir hin, aber bei den oberen müssen wir hier noch. So und so. Gut. Ups, da war wieder die Maus ein bisschen am Spacken. Dann hier. So. So. Und so. Und so. Und hier noch. Ich denke, komm, in der Mitte ist es nicht nötig. Ne, ist es nicht. Ist es nicht. Gut. Dann. Genau. Vier hätten wir uns sparen können. Egal. So. Zack. Wat wa ham ham wa. So dat dat. Hier da. Und dann. Spaßes halber. Knall ich mal den Fisch rin. Und hier den anderen. Kann man das auch kochen? Ne. Okay. Okay. Na dann. Dann mach ich mal eben. Ich wollte mir eigentlich falsch anzufügen, damit ich Hunger kriege und gucke, was mit dem Pufffisch da passiert. Okay. Hm. Das ist ja auch schon im Zeitraum. Da da. Aber ich komm nicht dazu. Äh, 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 äh. Achso. Das hier wollte ich machen. Und hier wollte ich ja generell in die Kasse packen. Vielleicht wenn ich jetzt nicht weiß, warum das hier ist. Aber okay. Ich guck mal eben nach dem Rezept. Äh, äh. Item Frame. Das hatte ich auch so gedacht. Vielleicht für, äh, wo man die Frakeln reinmacht. Leder brauchen wir. Ne. Leder will ich eigentlich nicht. Opfern. Dann. Wasser Kessel. Jut. Also. Was ist das denn? Ne. Brau Kessel können wir nicht. Dann brauchen wir eben sieben Eisen. Okay. Danke. Und jetzt. Da. Tschakka. Ich hab das mittlerweile verstanden. Und das macht einfach was fürs Anterrier. Zack. Juhu. Happy. Und dann. Zack. Kann ich den Scheißer wieder zumachen. Als nächstes. Machen wir. Drei Türen. Weil wir nur eine brauchen. So. So. Und dann gehe ich eben aufs Felde. So. So. Tatatatatata. Und eben. Kurz die Kackarbeit machen. Ich meine es muss so oder so irgendwann gemacht werden. schon wieder so. Geil. Ich liebe diesen Sonnenuntergang hier. Ja. Eine Stunde haben wir schon. so. Der soll nicht in die Richtung wachsen. Wo ist es jetzt? Da. Ja. So. Kürbis. Das. Auch weg. Melone. Okay. Ja. Ich musste nur mal kurz nachdenken. Mal kurz stehen. Die machen wir wieder hier hin. Man sieht auch so ein bisschen aus wie so eine kleine Windmühle. Find' ja auch schön. Dann mache ich mal eben. Wo habe ich es jetzt? Oder ich mache es gleich erst nachdem ich mich schlafen gelegt habe. Alter Scheiße. Okay. Ich weiß auf jeden Fall was wir machen müssen. Außer schlafen natürlich. So. Wir brauchen ganz unbedingt Fall und Boden. Ich denke es. Die ganzen Hühner sind halt. Nicht hier. Sondern. In unserem schönen Farmhäuschen. Far away. Okay. Das ist dann halt problematisch. Und ohne Hühner können wir kein... Huch. Vergriffen. Ohne Hühner können wir halt keine Pfeile machen. Das ist doof. Mit euch gilt das auch. So. Dann. Gehe ich mal kurz rein. Und mache den Geschmackstest. Das Ding ist... Ist jetzt gar nicht mehr so geil. Okay. Diesen Geschmackstest habe ich beendet. Ich bin der klaren Meinung. Schmeckt nicht. Ich habe jetzt auch keine Kuh hier. nur so... Pferde halt. Ich trinke nochmal eben was. Unglaublich oder? Wie oft ich trinke. Und... Perfekt. Na? Pferd? Alle Diot. Achso. Ne. Müss ich erstmal wieder... Müss ich erstmal wieder abbauen. Das Felde. Und jetzt. Wenn das mal kurz kommt. Ich brauche da. Sehr gut. Also hier wäre es offen. Aber ich fülle die Verteile. Bei dir. Da muss ich doch noch mal wieder. Da will ich euchys mit. Dann.